jo freunde was genau so kommen hier zu einem neuen let's play game time sozusagen und zwar heute ihr seht schon mit dem darkfighter lp am start hallo und unserem guten kollegen dem omega guten tag guten tag liebe freunde ich spiele heute zum ersten mal hier team fortress also ja nicht wundern wenn ich noch nicht so gut bin ich habe erst vor kurzem von meinen guten kollegin dem hg bonion der hat mir sagen ein pc bzw ein laptop geschenkt in den nächsten parts game time oder et cetera und andere mal mitmachen also ihr könnt da mit mir rechnen jawohl das ist schön also ja hat ein bisschen rücksicht wenn er jetzt nicht gleich am anfang hier der über pro ist aber ja okay dass das ist aber bei jedem also so ich habe ein bisschen schillige musik im hintergrund was machen wir fracht beförderung hatten wir schon mal ein paar von und derzeit noch einmal ein zu dritt weil wir vorher nur zu ich war alleine sogar genau ich war alleine die jungs sind noch nicht drin glaube ich naja das glaube ich nicht mal also es kann gleichwertig sein müssen wir auf dem gleichen niveau wie kann man den voice chat muten das würde mich mal interessieren ich darfst du da nicht fragen ich erkläre mich dann es c also pause ja und dann nicht da irgendwo was spieler stumm schalten ich müde ja einfach mal alle aussagen ja aber bei mir steht ihr schon in der liste drin ja das ist schon mal positiv also ja klar ich habe jetzt auch einen besseren prozessor und so als ihr bei mir steht noch ladevorgang läuft ja wenn wir in abgerufen also ja okay dann dauert es bei dir etwas länger ja so mission startet aber auch erst in 60 sekunden glaube ich so ich habe alle gemutet bis auf ich bin dran hier bei ooooh da war da wo sind sie da sind sie nein wo sind sie hallo hallo wo sind sie ich sehe sie nicht warte 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 bleib stehen ich komme in welchem es geht los es geht los geist es geht los und feuer ich habe schon zwei kills oder so ich nur nur weil ich noch nicht mal drin bin ja die schuppen ja noch nein ich habe eine rakete voll getroffen gerade ich habe ein alter mich gerade rasiere ich habe ich habe jetzt schon keine munition mehr ohne mist ich fülle auf und ich liebe mal jawohl wieder 200 schuss easy und jawohl 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 wer will wir machen das so lasst euch mal alle killen und dann machen wir medic action medic und zweimal irgendetwas anderes wer will medic sein ja ich bin auf keinen fall medic ich bin grad ok dann dann omega sei du medic geh auf komma auf der tastatur komma ok dann wählst du den medic aus den den sie die sieben die sieben ok ok war dann 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 warte auf mich dann warte auf mich wo bist du denn wo bist du denn hier kommen wir machen jetzt action und zwar welt 2 aus wenn man die 2 aus einmal die 2 aus genau und jetzt drückst du einfach die du spams die ganze zeit jetzt linke taste an einem stück durch und dann rasieren wir die jetzt also gedrückt halt genau gedrückt halten und dann rasieren wir kommen ja genau und zwar gibst du mir jetzt heilung und ich versuche die alle abzuknallen so das wird lustig wir gehen hier erst mal schön an wagen da kommen welche warum ist einer kommen wir gehen da mal hin haben wir kommst du wo bist du sehe dich nicht wo ist irgendein wer wo bist du da ok komm 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 wir schieben den wagen weiter voran komm komm du auch mit uns dank weiter jawohl habe ihn hinter uns hinter uns schade ok los kommen wir machen wieder action hier ich bin leider sehr sehr langsam da oben da oben ist einer der verräte der warte 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 ne ok ok kommen wir gehen wir gehen wir gehen damit das klara schon recht gut klar läuft man super wie ja klar und wenn du mit der steuerung jetzt klarkommst ach ich will nicht zu viel spoilern aber dann kommst du lord das ist zwar nicht dann kommst du 6 auch klar also ja klar kannst du jemand anderen nehmen wir können auch mal tauschen wenn du willst dann nimmst du den minigun typen den 5 und ich nehm 7 ich bin hier so komm wir machen action jawohl zerlegen wir achtung ich bin fast tot wo bist du bist du bist du tot wo bist du medic du brauchst auch ein medic also bleibt hier ja was denn wo bist du denn wo bist du denn darkfighter wo bist du ich bin ganz hinten ich bin jetzt bei lol alter ich wurde fast verbrannt lol ich bin auch tot omega bist du noch bist du noch beim spawn ja okay ich nehme mir jetzt den den typen mit den granaten ich bin gerade ich bin gerade bei dem haus lol nein das ist entry das ist entry take care habe ich doch gesagt kann irgendjemand die zerstören vielleicht hinter euch ist glaube ich irgendwo einer wurde auch gott gekillt du musst aufpassen aber ich bin genau ich gehe mal außenrum beide noch oder naja ich diese dieser window wm wsn der regt mich gerade so hart auf kommt auch wenn ich nicht kann wir spielen wir spielen wir spielen dings so wir tagen uns mal ganz kurz sagt ich habe gerade den einen typen hier ja ist der hallo warum kann ich den ich das kann es doch nicht sein ich hasse ihn ich hasse ihn so flammenwerfer tv ja macht das aber ich bin gerade nicht da nein ich wurde von der zentri zerstört das kann es doch nicht sein und dieser window wns ne der geht mir so oft auf die säcke ja ja ich glaube da ist ein overwatch fände heißt ja das ist ja auch so ähnlich wie overwatch muss man einfach mal sagen ja wo seid ihr seid ihr bei der lore oder ja okay warte ich komme auch zu lore hat irgendjemand von euch heiler ja okay dann komme ich zu dir wo bist du genau ein spion und ich habe ihn jawohl wo seid ihr denn wo seid ihr Jawoll, Sentry habe ich Oh mein Gott, ich rasier gerade richtig Nein, wir müssten nur mal zur Lore vielleicht Ja, ich komm nicht dahin Wo ist die Lore? Ah, da Ja, ich bin, ich bin auch dran Fast Oh, sind die eklig Oh nee, das kann doch nicht sein Oh man, jetzt gerade wo die Action so geil war Nein Seid ihr alle gestorben? Nein, bitte nicht Oh, los, ihr müsst einfach nur bei der Lore bleiben Nein Nein Ja Guck mal, im Gegner team Okay, ja Ist okay Ja, aber Okay, okay Wir verteidigen, ich nehme den Soldier-Typ Weil ich habe so eine geile Strategie dafür So komm, die rasieren wir jetzt hier Gegen den Strich Auf geht's Also ich wechsle auch mal kurz zur Knarre Los Kann irgendwer von euch Spy spielen? Weil ich kann's nicht Ich kann's kurz machen Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee wäre Ich bin immer lieber Heiler Ich komme jetzt mit Sniper Jawoll, Sniper ist doch gut So, ich habe meinen Hinterhalt vorbereitet Jetzt muss ich nur noch irgendwo ein Place finden Wo ich die beobachten kann und trotzdem zünden kann Wo bist du? Dann komm ich gerne mal zu dir Äh, du Ich hab dich gerade gesehen Da bist du doch Komm Das ist so nervig zu drück zu reden Egal Äh, nee Ich finde es cool Ja Klar, aber es ist ein Durcheinander Du musst auf jeden Fall das Video schneiden Denn ich und Ihre liebe Omega haben uns versprochen Bei dem Namen Also bei deinem Namen Ja, ist nicht so schlimm Ich habe den extinct von dem So unhitted Oh Achtung, die haben wieder Spy Happy Meal Ich bin enttäuscht Was soll das? Warte, ich möchte auch mal kurz Verstehen, Array Ich bin jetzt irgendwie deprimiert Weil mich Happy Meal gezählt hat Happy Meal ist lecker nicht LOL H-helf mir, heil mich Wuh Scheiße LOL, ey Ich wurde überrannt So, komm Dann überrennen wir die jetzt auch mal Ja Jawohl Ich gucke dir gerade zu Dark Fighter Alles perfekt Ohne Und hier Warte, warte, warte Wo seid ihr? Da, okay, los, komm Auf geht's, Action Ui, jawohl Ich habe richtig Bock gerade Ich weiß noch, als wir damals mal das aus Spann gespielt haben und wir einfach mit Heavy 4er Kills Jawohl, das war noch geil Aber ich glaube, Heavy Medic ist das Beste, was du machen kannst Kommst du? Kannst du hier einfach runterspringen, genau Nein, warum? Okay, okay, jetzt wird's eklig Heil mich, Heil mich, Heil mich Sehr schön Sehr schön Die haben Da oben ist, äh, ist eine Sentry Aber wir kriegen das Habe ich das Hatte ich auch So, ja, da, 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 da Da ist noch einer Habe ich erwischt den irgendwie Lol, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer Wo ist der denn? Da ist er doch Jawohl Weggeklatscht Oh shit, ich habe fast keine Munition mehr Ich habe das alles verballert Wo bist du? Omega Okay Ah, ich brauche, ich brauche doch nur Ey, ich habe Ernsthaft Keine Munition mehr Ich bin tot, ich lebe Lol Ich lebe Hallo Ah, hi Los Ab in den Krieg Jawohl Angriff YOLO Ich brenne Ja, toll Ich habe hier auch gerade alle ab Und ich bräuchte Munition von hinten Von hinten Von hinten Ganz viele, ganz viele, ganz viele Oh shit, ich werde gehittet Oh, ich habe einen Oh nein Ich bin tot Ah, wieder dieser Window WNS Der hackt doch, oder? Ey Das kann ja wohl nicht wahr sein Also der hat Wie man kommt Auf jeden Fall Direkt vor der Lohre quasi Jawohl Und ich komme auch wieder So Dispenser Ey Sentry ist auch schon Oh, hier sind ganz viele Und einer Backt übelst Alter, was backt der Und ciao Weg mit dir So Lol 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 Oh mein Gott War das knapp War das knapp Heilige Hier sind ganz viele Easy Okay Das ist ein Sniper Nein, 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 nein Ich wurde weggeboostet Ah Ah Leben am Limit Oh mein Gott Nein Nein Hilfe Hilfe Ah Shit Die Fliegen direkt Ja Ähm Das läuft Gerade Rechts Ja Alter Ich Ja, ja, ja Da kommt ein Spy Wenn die mir sagen Wo die Brechert Genau Das ist Wir müssen jetzt aber trotzdem Langsam mal was machen Guys Weil ich Ich krieg hier irgendwie Keine Kills Moment Guys Guys So Und ab Geh die Post Hier Ah Ja 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 Da ist ja ein Teleporter Nois Nois Das kann es doch nicht sein Das kann es doch nicht sein Aller Mann hört das im Hintergrund Total Ja Ich bin gebuchtet Ich muss mich dafür entschuldigen Dies ist der Kindergeburtstag meiner Schwester und das ist ein bisschen dumm gelaufen Sentry 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 Ich habe Sentry Habe ich zerstört Yes Ich habe noch ein Ziel dazu Ähm Wie kann man denn noch spielen Es gibt so Es gibt so Ja Es gibt so Come on come on Ich will wieder spawnen Ich bin wieder dort gespawnt Oh wir sind wir sind alle drei Äh Beieinander gespawnt Komm wir Lass uns das jetzt dracken hier Oh my Lass uns das jetzt dracken hier Ihr geht unten lang Ich gehe oben lang Easy Ich gehe mal auf den See Obwohl ne auf den See ist ein bisschen dumm Ah Hilfe Nein Oh Oh Gott Ich habe nur noch 24 HP Help Help Keine Ahnung von welcher Help Geben sie mir Kraft Mist Daddy Spencer Unser Ingenieur heißt Statistisch Ja Ist egal Alle die Denk hat mich gefragt Was soll das Alle ich habe nur noch 60 HP I need some help Ah den haben wir Ich habe leider gerade Voll verzogen Oh ich bin gleich tot Holy moly Ich muss wieder zum Dispenser Oh ich habe zwei kills Ich weiß noch nicht warum Aber ich habe irgendwie 60 Sekunden noch 60 Sekunden noch So Und Abfahrt Kommt Leute Hallo Oh Sniper 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 Ich bin bei der Lore Ich bin bei der Lore Ja ich bin hier bei dem Dispenser Hier hinten Aber Achtung Hier ist ein Sniper Oh die kommen rein Die kommen rein Einen habe ich Den zweiten haben wir auch Sehr gut Good work Good work Versuch hinter sie zu kommen I'm dead Oh jawoll 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 So Mit den fünf Sekunden Geil Vier Drei Leucht Jetzt passiert ihr Nein Ey das kann doch nicht sein Ich sterbe in der letzten Sekunde Oh man Das war gerade richtig geil Omega geht einfach etwas hin Und schon sterben alle Ja ist halt so Ne ich war dass der ein bisschen hingegangen ist Ich wollte wieder ein bisschen raggen Omega auch Omega auch Das war das wirklich Ja Rasur easy 1 1 Na geil Los Alle Diebellen los So also Wir haben ein Unentschieden tatsächlich erzielt Ist nicht schlimm Aber es wäre mehr drin gewesen Auf jeden Fall Wir sind so Mittelfeld War ganz gut Die Map so Und ja Ich hoffe euch hat es gefallen Ähm Ja wenn ja Daumen nach oben Ähm Danke auch an Omega Und Dark Fighter Dass ihr mitgemacht habt War mal wieder echt spaßig Ähm Und ja Ich hoffe ihr habt noch einen schönen Tag Bis zum nächsten Video Haut rein Und Ciao Zagt ihr auch noch was? Ja Nice So Ich bin Ich bin Äh Raus dann Weil Ich muss was essen jetzt Ja Ich muss nur drauf an S ue Drei Drei